Ein Jahr nach Geburt, Loughlin Ennebechis Sohn bei Tagesmutter Loughlin Ennebechi, 26, ist super stolz auf ihren Nachwuchs. Im August 2021 hatte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Siegerin verkündet, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Toni Nachwuchs erwartet. Im März vergangenen Jahres war es dann endlich soweit, Söhnchen Levi hat das Licht der Welt erblickt. Seitdem teilt das Model regelmäßig Eindrücke aus dem Mama-Alltag. Knapp ein Jahr nach der Geburt geht das Kind von Loughlin schon zu einer Tagesmutter. In ihrer Instagram-Story berichtet die Schönheit am Mittwochmorgen von ihren Erfahrungen mit der Tagesmutter. Wir haben gerade wieder die Trennung von 10 Minuten und ich gehe um den Block. Zurzeit seien sie täglich eine Stunde da, seit Dienstag versuche sich Loughlin zwischenzeitlich ein paar Minuten von Levi zu trennen. Er war heute etwas anhänglicher als die letzten Tage, aber trotzdem sehr gut gelaunt, berichtet die 26-Jährige weiter. Im weiteren Verlauf des Tages teilt Loughlin noch ein Update mit ihrer Community. Sie zeigt ein Bild von Levi, auf dem er spielt und kommentiert es mit den Worten. Happy Levi, die Trennung heute war richtig gut. Er hat nur kurz geweint und ist das erste Mal nicht direkt auf dem Heimweg eingeschlafen.